Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Days Gone Bevor ich die Aufnahme gestartet hatte, muss ich das auch gerade nochmal nachtanken So, wo geht's lang? Da vorne müssen wir links, okay Es wird schon wieder abends, abends kommen die verrücktesten Freaker ever Das wird auf jeden Fall wieder lustig Abends kann man sich auch viel mehr Erfahrungspunkte zusammen verdienen, glaube ich Also weil einfach mal mehr Freaker kommen, ist ja klar Aber abends sind auch Horden unterwegs Und es geht mal wieder um eine Horde Ich sehe das schon, was ist denn das da drüben? Noch so eine Tankstelle, wa? Okay Also es wird definitiv um eine Horde gehen So viel ist sicher Die Frage ist nur, wie groß ist die Horde? Ich habe ja abgespeichert Nochmal alles abchecken Wir haben eine Rohrbombe Vier Granaten Zwei Mollis Eine Annäherungsbombe hätten wir auch Und sechs Attractor Alles klar Okay Colonel Sir, ist Lieutenant Norwood gut angekommen? Corporal, ich lese gerade Ihren Bericht Sie gibt an, dass Sie ein ganzes Drifter Camp allein ausgelöscht haben? Tja, äh Ich konnte Sie ja schlecht im Stich lassen, Sir Sehr gut, Corporal Captain Curry hat Sie zur Beförderung vorgeschlagen Ich verstehe langsam, warum Na, ist ja toll Wir werden auch wahrscheinlich bald befördert Und vielleicht ist hier sogar gar keine Horde drin Ich sehe da hinten das Licht Da ist der Nero Injector Okay Was da wohl drin ist? Ah ja, okay Hier ist keine Horde Okay, dann ist das so Ja Ein Nero Injektor Mal sehen, ob der noch geht Wir hauen das natürlich wieder in Konzentration Wir setzen den goldenen Schuss des Tages somit an Dann schlafe ich wenigstens nicht ein Noch ein Nero, Ricardo Das ist nicht mehr passiert Wir müssen uns beeilen Ist er sicher betäubt? Ja, ganz sicher Das war genug Getamin, um ein Dinosaurier umzurauen Feldnotiz 2020 Wir untersuchen ein Exemplar des Dursus Americanus Mutans Rager Bear So werden Sie von den Driftern genannt Es ist immer gut, die lokale Umgangssprache zu kennen Danke, Corporal Das Subjekt verliert zunehmend Fell und nimmt rapide an Masse zu Gewichtsschätzungsweise 400 Kilogramm 20% mehr als bei der letzten Messung Ein echt großer Bär Das ist kein Bär, Corporal Nicht mehr Mein Vater, er hat sie gejagt Nicht hier, aber in Nordkalifornien Er hat mir mal die Maße des größten je getöteten Schwarzbären genannt Ich bin gespannt New Brunswick 1972 Über 1000 Pfund Beziehungsweise 500 Kilogramm Für meine Aufzeichnungen Ich bin mir ganz sicher Wenn seine Mutation abgeschlossen ist Wird er größer sein Na los Verschwinden wir von hier, bevor er aufwacht Ganz ihrer Meinung Ihr hättet ihn ja auch töten können Dann könnte er jetzt nicht mehr versuchen, uns zu fressen Ja, unter anderem Mich frisst er ja öfter und beißt mich ja öfter mal Aber ich wundere mich gerade, warum da keine Horde drin ist In dieser kleinen Höhle Die Horde wäre wahrscheinlich auch nicht so groß gewesen Weil eigentlich sind die Horden ja in der Nacht unterwegs Aber gut Soll mir im Moment recht sein? Äh, ja, 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 ja Verfolgungsgebiet Verfolgungsgebiet Warum? Warum ist da ein Verfolgungsgebiet? Entweder geht es um Anarchisten oder Um irgendwas anderes? Ich weiß es nicht Sollte ich das verfolgen? Ja, warum nicht, ja? Machen wir einfach mal Vielleicht ist das sogar die Horde Eigentlich habe ich mir gerade erhofft Ja, gut Wir können uns die Horde direkt in der Höhle irgendwie ein bisschen zurechtlegen Hätte ich da eine Anbombe Äh, Quatsch Eine Annäherungsbombe Schweres Wort Hätte ich da irgendwie dann platziert Und dann mit dem Attractor Hätte ich die alle naivisch schon auf eine Stelle gelockt Und so weiter und so fort Sollte eben nicht sein Vielleicht ist es auch besser so Schauen wir erstmal da vorne Was das da ist Verfolgungsgebiet Tja, vielleicht eine Geisel Scheiß Kreischer Wo denn? Wo denn? Dieken verarscht mich immer Das macht er immer wieder Immer wenn der Kreischer sagt Es ist entweder ein Brecher Und wenn der Brecher sagt Es ist ein Kreischer Ich habe keine Ahnung Aber ich glaube da vorne Ja, da wird geschossen Was haben wir denn hier? Ice Wind Lava Caves Okay Lass mich genau umschauen Ah ja, da hätten sie einen Plünderraum Hier können wir wieder eine Spur verfolgen Machen wir den auch mal gleich Na, wartet mal Da haben wir doch glatt mal eine Rohrbombe drüber Ja, so wird es gemacht Erwischt Scheiße Falscher Weg Mehr Beute Ah, die Freaker haben jetzt die Arbeit von mir übernommen Dankeschön Sehr liebenswürdig Hier waren noch ein paar Plünderer Das habe ich ja gemeint Nachts sind natürlich verstärkt Freaks Auf den Straßen Haben wir hier noch irgendwas Tolles? Ein Sammelobjekt oder Ja gut Kerosin Äh, das war es dann glaube ich Ah, schade Ich habe gedacht Wir könnten vielleicht wieder eine Geisel Oder sowas retten Aber was finden wir denn hier Wenn wir jetzt der Spur nachgehen Ich weiß nicht, ob ich gerade Mich verhört habe, aber Oh, ich glaube da ist noch eine Kreischerin Eine Kreischerin Scheiße, verdammt Die alte lockt die Jungs natürlich an Bleibt stehen Miststück Ja, flieg mal auf die Fresse Oh, die muss gerade jetzt nachladen Oh, verdammt, 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 verdammt Wie ist jetzt hier eine Horde am Start Immer in Bewegung Bleiben da unten, ist noch einer Drei, echt jetzt? Scheiße Ach du Scheiße Kommt ihr denn auf einmal her? Jungs Oh, verdammte Axt Verdammte Axt Da war der euch, glaube ich, weg Bäm Sag ich dazu nur Eigentlich hätte das Dieken sagen können Aber nein Ich hab's gemacht Ja Wird doch wieder mal spaßig Also zieht immer abends durch die Lande Dann wird's lustig Schon wieder eine Kreischerin Meine Fresse Wo kommen die denn alle auf einmal her? Ah, die rufen natürlich die anderen auf den Plan Die alte Pumpe ich jetzt weg Die geht mir auf den Sack Hetzt die mir die Leute auf den Hals Darf doch wohl nicht sein Okay Komm her, du Schlampe Wo bist du denn? Nope Falsche Richtung Nein Nein, das ist die richtige Richtung Darf ja wohl nicht wahr sein Blöde Kreischer hier Ah, Alter Na ja gut Die Erfahrungspunkte nehme ich gerne mit Davon mal abgesehen Aber Wenn's dann doch So viel auf einmal sind Ja Und man ist dann wirklich an einer blöden Stelle Ja gut Dann kann man auch mal ganz schnell drauf gehen Meine Ausdauer war auch fast wieder unten Ey, ich fass erst nicht Dann ist noch eine Kreischerin Na ey, das gibt's da gar nicht Ist das hier Ist das das Dorf der Kreischer? Weg mit dir Hör auf hier rumzuschreien So, mal schauen, was haben wir denn jetzt für eine Spur Okay, mal sehen Was ist hier los? Weiter geht's Ach so, ja Ich war ja noch gar nicht in den Toiletten Wir gehen mal zuerst auf die Herren-Toilette Und stellen fest Hier gibt es nichts Tolles Dann gehen wir auf die Damen-Toilette Hätten wir vielleicht anklopfen sollen Ich weiß es nicht Ah, nee Hier gibt es auch nichts Tolles Ja, aber was können wir jetzt hier mit dieser blöden Spur machen? Ich hab doch da drüben schon alle abgeknallt Wo auch immer mich das jetzt hinführen wird Auf jeden Fall hier erstmal zu diesem Polizeiwagen Das ist toll Munition Immer her damit Was haben wir denn hier vorne? Oh, was zum Teufel Das sollte ich mir mal anschauen Echt, ja? Was denn? Ach, das hier, oder wie? Nee, das war aber auch nicht so toll Deacon Warum zum Teufel hat uns denn die Spur? Ja gut, jetzt sind wir hier Und nun? Ach, das ist doch scheiße, Deacon Ja, jetzt haben wir Schrott Und toll Jetzt freuen wir uns ein Loch in Po, oder wie? Eine Horde sehe ich hier erstmal auch nicht Ja, keine Ahnung Warum jetzt hier das mit der Spur war Aber wir konnten hier weder eine neue Spur verfolgen Noch war da irgendwie ein Gebiet Wahrscheinlich hat uns das nur dahin geführt Um da die Items einzusammeln Naja gut, egal Ja, wie gesagt Ja, wie gesagt In der Folge wollte ich mich eigentlich um die Nester Und um weitere Nero-Kontrollposten Oder wie gesagt Diese kleinen Aufenthaltsorte Dieser Nero-Injektoren kümmern Und da werde ich mir jetzt Einen nach dem anderen dann auch markieren Der nächste befindet sich da vorne Sieht mir sehr nach einer Höhle aus Aber Was, weiß ich schon Ey, du Scheißvieh Die blöden Jäger Wenn wir mal gerade losfahren Kommt die an Ist mein Bike wieder kaputt? Ne, ist noch bei 100% Aber meine Gesundheit ist nicht bei 100% So, das sollte reichen Na gut, dann schauen wir doch mal Was da bei dem anderen Nero-Injektor auf uns wartet Äh, muss ich jetzt hier lang? Ja Tatsache Oh oh Da hängt schon wieder jemand Achso, ja Stimmt, das ist ja das hier mit dem Hinterhalt-Camp Da war ich in der letzten Folge Und irgendwo da oben ist dann der Nero-Injektor Aber wir fahren einfach mal den Berg hoch Oh Ja gut, ihr wisst ja was das heißt Eine Höhle Da könnte es richtig abgehen Also erstmal speichern Und dann schauen wir uns das an Am besten ohne Lampe Weil dann sehen die mich Das Gute ist, dass der Höhlenausgang relativ eng ist Ich Werde für den Fall der Fälle Hier mal Eine Annäherungsmine platzieren Kann ich das? Geht das? Achso Wollen wir es hoffen Rohrbomben haben wir nicht Dafür Splittergranaten Attractor Wir müssen die wieder alle auf eine Stelle locken Und dann ganz langsam Aber vielleicht ist in dieser Höhle auch Wieder keine Horde Denn ich sehe da vorne den Nero-Injektor schon Also wir sehen es ja durch das rote Licht Doch ein Signal Ein Injektor Die haben hier wirklich alles Gut Und auch das hauen wir wieder in Konzentration Weil ich das ja so oft nutze Ich sage immer, ich möchte das nutzen Und ich mache es dann im Endeffekt gar nicht Ich bin es nicht so gewöhnt Ich muss das einfach öfter machen Weil es ist wirklich von Vorteil, das zu nutzen Aufwachen, Dicken Noch so ein Mikro-Rekorder Was hier resensiert ist? Ich habe noch nicht nachgesehen Sie? Ja, ich bin vier Tage am Stück eingeteilt Dürfen die das eigentlich? Sie ist getan? Ja? Das ist wohl auch Wir haben eine Menge zu tun Nur wenig Zeit Ja, ja, ja Das weiß ich Aber scheiße, Doc Ich meine Die nehmen uns echt hart ran Echt hart genug Wie, hattet ihr keine Zeit In euren beheizten Bunkern Och, geil Na ja, gut, egal Soll mir recht sein Wenn ihr nicht immer eine Horde kommt Um die Horden kümmern wir uns dann Wie gesagt, später Je nachdem, wann wir denn mal wieder auf Horden treffen Aber es geht ja einfach darum Die Neste auszuäuchern Und hier diese Kontroll-Forschungsanlagen Ausfindig zu machen Ich werde mir mal das jetzt hier markieren Das sieht mir aber nach einer Forschungsanlage aus Und da haben wir auch noch einige Nester in der Nähe Und darum geht es ja in dieser Folge Wir werden in dieser Folge keine Missionen machen Ich mache das mehr oder weniger immer live Und, ach, na gut, ob es abwechslungsreich ist Ja gut, das sei jetzt mal dahingestellt Das müssen andere beurteilen Ich mache mal mehr Missionen in einer Folge Mal mache ich keine Missionen in einer Folge Halt mal so, mal so Und in dieser Folge, ja Habe ich euch ja schon gesagt gehabt Habe ich mir das so vorgenommen Dass wir diese Nero-Dinger da machen Das gefällt ihm richtig gut, die Kinder Ich muss mal schauen Haben wir noch ein bisschen Muni Da bei den Polizeiwahren Ich habe doch vorhin so viel Munition verschwendet Ich glaube, ich kann hier noch was aufnehmen, wa? Oh ja, ein bisschen Sturmgewehr, Muni Reicht ja Ich habe zwar auch noch Munition in meinem Bike Aber gut, vorhin, als mir die Muni gefehlt hat Ja gut, da war ich nicht bei meinem Bike Gehst du mal bitte da weg Danke, geht ihr auch mal da weg Sehr liebenswürdig Ihr seid die nettesten Freaker, die ich heute Abend getroffen habe Oh, den wollte ich eigentlich umfahren Na gut, egal Ach, du Scheiße Na gut, da komme ich ja gar nicht rein Muss ich da rumfahren? Ähm, ja Berglöwe Oh Gerade wollte ich nur auf dich zielen Scheiße, verdammt Ja, wenn die einen dann doch mal erwischen Ja gut, dann hau das richtig rein Ich habe ja auch nicht so viel Gesundheit Alles verwenden Aber wie komme ich da rein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da rumlaufen kann Nö, das ist nicht machbar Ja gut, irgendwo da hinten ist noch wer Ist mir jetzt auch scheißegal Ich wollte eigentlich an diesen Nero Injector ran Muss ich da gar irgendwo wieder hoch mit der Karre? Und dann da rüber? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das hier wegsprengen kann Dieken kriege ich das auch nicht auf Ah, der Weg ist auch so komisch grau unterlegt Nee, ich komme da irgendwie nicht ran Schade Hier komme ich auch nicht rum Ach so Hier gibt es noch einen Weg Okay Gut Ja, dann ist der Weg hier einfach mal verschwert Ist nun mal so Können wir nicht ändern Ich weiß jetzt nicht, wie viele da am Start waren Aber ist mir jetzt auch völlig egal Wir fahren einfach weiter Irgendwo da oben muss aber noch ein Weg sein Ja Der Weg führt uns jetzt irgendwo hier weiter Und das regnet schon wieder Der arme Deacon Hoffentlich holt er sich keinen Schnupfen Und Ah, verdammte Scheiße Hier komme ich auch nicht lang Warum ist das immer abgesperrt? Ist das so toll, das Gebiet Dass wir da nicht rein dürfen, oder wie? Ja gut, ich hätte vielleicht vorher fragen sollen Ob er weiß, wie ich da reinkomme, wa? Verdammt Wer soll mir das jetzt sagen? Ah, hier kommen wir auch nicht rein Kann ich das hier wegsprengen mit einer Granate? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen Nee Da kommen wir nicht lang Und ich wette, hier ist es auch abgesperrt Ah, egal Dann machen wir das erstmal mit den Nestern Eventuell finden wir dann später noch einen Zugang Oder wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt da erst ran So von der Story oder sowas her Mal abwarten Ich muss sie ausräuchern Die Durchfahrt sicherer machen Ich kann es riechen Es muss in der Nähe sein Ja, ja Schon klar, Deacon Ich schätze, ich komme später zurück Und beende die Arbeit hier Nein, das machen wir jetzt Ach du Scheiße, das klingt nach mehr Wo kommt der denn her? Scher dich weg, du Löffel Du willst auch nochmal? Das klang nach so verdammt viel Oh Okay, das war doch nicht so wenig Ja, die kommen aus ihren Nestern Aber dann dürfen ja dann nachher auch keine mehr drin sein Wenn ich die ausräucher Warten wir es ab Oh, das waren einige Zwar nur vereinzelt Aber es waren einige Warte mal, ich pumpe mich weg Du kannst dir einen Kieferorthopäden suchen Oder na, egal Dafür ist es Oh Mein Gott Wie viele Kreischer auf einem Haufen Bitteschön Nummer 1 Ah, das ist Nummer 2 Ja, das ist jetzt Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 Und dann ist Nummer 5 Wo kommen die denn bitteschön alle her? Die rennt weg Du kommst nicht weg Das verspreche ich dir Äh, ich weiß nicht War das ein normaler? Alter Falter Ich habe noch nie so viele Kreischer Auf einem Haufen gesehen Überlegt mal Die hätten gekreischt Wie viel Freaker Die im Endeffekt Angelockt hätten Heftige Scheiße Ich sollte glaube ich mal abspeichern War hier vorne nicht ein Polizeiwagen? Ich brauche Munition Unter mir sind auf jeden Fall die Nester So viel ist sicher Und hier war auch eine Blockade Ihr seht ja, hier sind nur Polizeiwagen Ah, hier hat der Bär gesteppt Aber sowas von Ah, ich glaube ich habe sie wieder angelockt Ja, da sind sie Runter da vom Auto Oh, zielen kann ich auch nicht Oh, verdammt Warte mal Mein schöner Schläger Muss unbedingt repariert werden Den darf ich nicht kaputt machen Das wäre sehr unvorteilhaft Oh, musst du gerade jetzt nachladen Ich muss gerade jetzt nachladen Ey, das ist ein reines Gemetzel Ich meine All das, was hier liegt Ja gut, das war ich Dafür bin ich verantwortlich Dafür komme ich in die Hölle Aber nichtsdestotrotz Macht das echt Spaß So, noch ein bisschen Schrott sammeln In der Hoffnung Dass auch noch in dem Ein oder anderen Polizeifang hier Ein bisschen Munition steckt Oder etwa nicht Finden wir hier keine Munition mehr Klar, es sind so viele Polizeiband, wo wir gerade sagen Hier muss es doch Munition geben Haben wir wieder genug Schuss? Ja, haben wir Okay Echt geil Das Gebiet hier Mit den ganzen Wagen Mit der Brücke So, jetzt schauen wir uns doch Da unten mal Die Nester an Da oben auf der Brücke War auf jeden Fall Schon mal wieder jemand Habe ich gesehen Da hätten wir noch Einen Lappen Und jetzt räuchern wir endlich Mal die Nester aus Denn das ist ja auch Der Grund Warum wir hier sind Und diesmal ist es wirklich Ein Molotow Ich achte jetzt drauf Nicht, dass ich wieder eine Rohrbombe schmeiße Sehr schön Das war das erste Nest Und hier haben wir ein weiteres So, ich arbeite jetzt mal verstärkt mit Konzentration Aber ihr seht ja so doll ist es noch gar nicht aufgeladen Aber es macht schon was aus Also wenn euch eine Horde dann wie gesagt folgt Und ihr könnt Konzentration machen Und ihr habt dann relativ viel Zeit In dieser Zeitlupe ein paar abzuknallen Ja gut, dann ist das schon toll Daher versuche ich das auch mal verstärkt aufzuwerten Hey, ich bin hier unten Ja, das waren die Nester hier an der Brücke Wären da alle auf einmal gekommen Ja Das hätte echt spaßig sein können Das war dann eine kleine Horde wahrscheinlich Ich meine, die kamen ja sowieso vereinzelt Ja gut, kann man die als Horde zählen? Ich bin mir nicht sicher Aber umsonst stehen hier auch nicht so viele Polizeiwagen Habe ich jetzt wieder genug Munition? Ja Haben wir Okay Dann können wir zu den nächsten Nestern Ist das nicht ein schöner Anblick hier? So viele tote Freaks Wo haben wir denn die nächsten Nester? Ja, ich weiß Das habe ich mir markiert Das markiere ich mir jetzt aber nicht nochmal Ich markiere mir jetzt das da Ja gut, ich komme ja gar nicht weiter, oder? Ich muss ja da unten lang Machen wir es mal Also wenn ihr wirklich Spaß haben wollt in der Nacht Und ja, viele Freaks Gut, dann geht nachts auf Streife Aber da könnt ihr natürlich auch öfter auf Horden treffen Ist ja klar So, mal schauen Was erwartet mich denn hier? Ich speichere zur Sicherheit mal ab Abspeichern Abspeichern Nee, geht nicht Okay, egal Das geht all die Weile nicht, weil wir wieder in einem Kampfgebiet sind Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen werden sie nicht kommen Kann ich euch jetzt schon sagen Die sehen nicht aus wie die Schlümpfe Aber das weiß ich auch nur, weil die keine weißen Mützen tragen Ja, ja Und das ist gleich da unten liegen Und da gehen wir auch gleich hin Ach du Scheiße verdammt Okay, da hinten ist eine Horde Dahinten ist eine Horde Ich hab sie gesehen Ah, ich weiß nicht Sollte ich die probieren? Sollte ich die probieren? Bis jetzt haben sie mich noch nicht gesehen Ich kann auf jeden Fall schnell speichern Ja Ne, nochmal nach Munition Ein bisschen Ausschau halten Sicher, sicher Darum sind die Polizeiwagen auch hier Weil sich auch hier abends eine Horde befindet Alles klar, hätten wir das auch geklärt Schläger Na gut, können wir nochmal reparieren Gucken wir mal Was können wir noch herstellen Ja, was können wir denn noch herstellen Annäherungsbombe Ich brauche auf jeden Fall einen Attractor Ich muss mir irgendwo eine Annäherungsbombe hinlegen Wenn die dann da vorbeikommen Ach du Scheiße Ah, ich brauche ein Versteck So viel ist sicher Die kommen auf jeden Fall hier vorbei Und ich mache das immer mit einem Gebüsch Sicher ist sicher Ihr seht ja Da kommen die Jungs Da vorne liegt meine Annäherungsbombe Ich muss noch ein bisschen näher ran Ich versuche die dann auch zur Annäherungsbombe zu locken Aber erstmal locke ich sie alle Nach da Ja Jungs, da ist was Jetzt müsst ihr euch unbedingt angucken Das ist was ganz Tolles Na ja, die Jungs Na ja Das waren mal wieder ein paar Wir haben ja noch genug Attractor Da könnt ihr auch mal bitte hinren Ich muss die Granate glaube ich ein bisschen früher werfen Ja, das waren wieder einige Wenn ich die Annäherungsbombe nicht brauche Ja gut, dann hole ich mir die wieder Mal gucken wie viel ich dann jetzt weghauen kann mit den Granaten Oh, das wird ein ganzer Haufen von Freaks Die stapeln sich da Ah, die ziehen jetzt nach da vorne weiter Oh Scheiße Okay, jetzt haben sie mich gesehen Verdammte Axt Okay Oh doch, Deacon Oh doch Aber gut So viel sind jetzt glaube ich nicht mehr am Start Das mache ich dann mit nem Molly Oh, bloß nicht drauf gehen Oh Scheiße Renn mal bitte zu den Attractor Jungs Okay Okay, das habt ihr schon mal gut gemacht Dafür kriegt dann Molly Oh nein Nein, 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 nein Schnell heilen Oh verdammt Oh verdammt Ich hab keine Ausdauer mehr Oh verdammt Komm Deacon, heil dich Ich heil dich Oh Scheiße Nein Ja, ihr habt ja gesehen was passiert ist Ich hab mich natürlich wieder ein bisschen glatt angestellt zum Schluss Wär der scheiß Jägerwolf nicht gekommen Ich hätte die alle so schön fertig machen können Ich wollte jetzt auch nicht wegrennen oder dergleichen Na gut, egal Haben wir hier vorne noch irgendwo ein tolles Gebüsch? Wahrscheinlich nicht, wa? Ist mir jetzt auch scheißegal Wie gesagt, der Fail hätte nicht sein müssen Diese scheiß Jägerwölfe Darf doch echt nicht wahr sein Aber die Annäherungsbombe ja gut Die hat dann zum Endeffekt dann noch ein paar gute Jungs weggehauen Ja, also die werde ich jetzt auch nach wie vor nochmal hier platzieren Und dann logge ich die wieder mit dem Attractor raus Ich möchte diese Horde schon ganz gerne fertig machen Es waren ja auch gar nicht mehr so viele Okay, das haben sie gehört Ja, das hat sie aufgestreckt Mal gucken, wie viel ich diesmal damit erwische Na gut, das waren einige Die sind schon mal jetzt hier vorne Das ist schon mal ein Anfang Sie dürfen sich nicht wieder so aufteilen Das war ein guter Treffer Werfen wir die mal da hin Oh, das war auch nicht schlecht So viel sind sie jetzt nicht mehr Das geht jetzt ein bisschen schneller als vorher Und den Rest machen wir noch mit einem Molli Und den Rest baller ich dann einfach weg Na geht doch, Mission abgeschlossen Groose Gardens Horde 4.000 EP Ja, wie einfach das doch geht, ja Hordenkiller, 18% Oh yeah Aber ich hab sie echt Aller toll gestapelt, ja War das jetzt eine große Horde? Ich hab keine Ahnung Wir können ja mal alle Öhrchen hier einsammeln Also das waren jetzt Also das waren jetzt, ja 86 Öhrchen 87 Öhrchen Ja, 122 Okay, es waren über 100 Immerhin Und wär der verdammte Jägerwolf da vorhin nicht gekommen Ja gut, dann hätte ich die auch da schon geschafft Ich muss mir erstmal wieder ein paar Attractor herstellen Nicht schon wieder Wo denn? Achso, Deacon, ja gut Wenn du das sagst, dann stimmt das ja nicht Oder? Das da unten ist aber kein Kreischer, Deacon Wo siehst du denn hier bitteschön immer Kreischer? Ja, auch egal Wir räuchern jetzt das Nest da unten aus Könnte ein etwas größeres Nest sein Ja, nicht schon Ab dich Okay Okay, das war das Nest Die waren irgendwie in dem LKW da, oder an dem LKW Dann ist auch noch jemand Aber es sind noch zwei Nester über Und erst dann haben wir das Gebiet hier gesäubert Also schnell hoch zum Bike Es ist ja mittlerweile auch schon wieder Tag geworden Wie lange bin ich denn hier unterwegs? Verdammt Ja, aber ihr habt gesehen, ja Was man doch für Pech haben kann Wenn man sich da bei der Horde dann versteckt Und dann kommt ausgerechnet Ein Jägerwolf Ausgerechnet dann Die suchen sich wirklich immer die günstigsten Zeitpunkte aus Der Weg war weiß Das bedeutet, wir kommen zu den anderen Nestern Wollen wir mal hoffen, dass das auch wirklich so ist? Nein Es ist nicht so Warum zum Teufel kommen wir nicht in dieses Gebiet rein? Warum ist das abgesperrt? Egal von wo ich es versuche Es geht nicht Vielleicht kann man von oben irgendwie runterspringen Aber das ist auch ein ziemlich großer Komplex, ja Ich glaube, da müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt hin Das muss ich mir jetzt gar nicht markieren Dann räuchern wir halt diese Nester da hinten noch aus Die werden ja wohl hoffentlich zugänglich sein Haben wir noch genug im Tank? Ich hoffe, ja Hier kommen wir jedenfalls noch nicht hin Ich glaube, das ist für einen späteren Story-Verlauf gedacht Bin mir aber nicht ganz sicher Ist nur eine Vermutung Na, ich wollte mal ein bisschen driften Folgen wir den Schienen Auf zu den nächsten Krähen-Nester Ja gut Ein Nest sollte das sein, oder? Denn ich habe nur noch einen Molly Ich musste ja einen bei der Horde da verwenden Aber das sind wahrscheinlich mehrere Ah, scheiße Warum kann ich jetzt gerade nicht auf meine Armbrust zugreifen? Ja gut, dann könnte ich mir wahrscheinlich auch keine Feuerpfeile herstellen Ich muss mich da vorne nochmal umschauen Und da vorne ist ja noch eine kleine Stadt Eventuell finden wir da noch ein paar Materialien Weil sonst kann ich die da nicht ausräuchern Ich weiß nicht Ist das ein Nest? Ist das ein Baum mit drei Nestern? Ja gut, ich weiß es nicht Wir schauen uns hier mal um Das ist auf jeden Fall Eine kleine Oh Ja gut, da hinten ist wieder eine Horde Verdammt Da gehe ich jetzt nicht hin Auf gar keinen Fall Na, tut mir leid Deacon Wegen der Karre Und dass wir die Horde da nicht machen konnten Aber Das riskiere ich jetzt nicht Das riskiere ich auf gar keinen Fall Das geht gar nicht Ich meine, ich habe ein paar Attractoren Ja gut, ich habe aber keine Splittergranaten Ich habe nur einen Molli am Start Wie soll ich denn das machen? Und das sind definitiv wieder mehrere Nester Scheiße verdammt Das ist richtig scheiße Ich brauche noch irgendwo ein paar Materialien Kann man nicht vorstellen, dass wir die hier vorne beim Schulbus finden Oder da hinten bei den Autos Das ist ja auch wieder alles so abgesperrt Warum zum Teufel ist das so? Ich hätte ganz gerne dieses eine Gebiet Ja, das hätte ich gerne noch ausgeräuchert Aber wahrscheinlich wird es nicht gehen Aufgrund dessen, dass ich Keinen Molli habe Aber es sei denn, ich kann ihn so taktisch clever platzieren Was ich ja natürlich total drauf habe Wisst ihr ja Dass ich das alles mit Eimer abfackeln kann Aber es wird nicht klappen Es wird nicht klappen Das kann ich brauchen Ja, was ich gebrauchen kann Ist jetzt auf jeden Fall nochmal Etwas zum Herstellen für den Molli Aber wir können nicht alles haben, Deacon Leider ist das nicht so Schade, dass man nicht die Armbrust jetzt so mitnehmen könnte Ich kann es ja mal versuchen, genau mittig zu schmeißen Nest zerstört Ja, gut Okay Ja, ihr seht es ja Da brennt noch Äh, da brennt nur eins Zwei sind noch am Start Schade Echt Schade Verdammt, ja Wo ist das? Scheiß Nest Es ist hier irgendwo Ich kann ja hier mal noch ein Stück weiter fahren Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch eventuell Irgendwie was finden Aber wahrscheinlich nicht Wir fahren jetzt wahrscheinlich da hinten rum Zu dem anderen Ort irgendwie Aber, ja gut Habt ihr ja gesehen, da war die Horde Da möchte ich jetzt ungerne hin Echt schade Dass wir das nicht alles hätten noch zerstören können Da hinten ist die Horde Na gut, die zieht hier irgendwie durchs Lager, wa? Oder ist die jetzt weg? Ja gut, die ziehen ja immer ein Stückchen durch die Lande Das ist mir klar Und irgendwer schießt hier auch Die kümmern sich alle um die Horde, oder? Die werden die Horde aber niemals schaffen Glaube ich nicht Jetzt wird nicht mehr geschossen Ja, wir wissen ja, was das heißt Ich werde mich hier vorne noch mal ein bisschen umschauen Ich finde dann vielleicht doch noch Materialien So wie das hier Ich brauche ja nur zwei Mollis Oder einen vielmehr Das sollte auch reichen Um die beiden Nester, die so dicht beieinander liegen Auch zu zerstören Ja gut, hier mit dem Tank kann man auch nochmal arbeiten Also jetzt für die Horde Meine ich jetzt Man kann da drauf schießen Da hinten ist die Horde Die beha... äh ja Die halten sich dann immer in diesem Eisenbahnwagon auf So sieht das auf jeden Fall aus Also ich kann mir auf jeden Fall noch einen Molli herstellen Und die Horde ist auch wieder am Start Da hinten ist sie Ja, wenn man das richtig gut timet Dann kann man die da zu dem Tank locken Aber das mache ich jetzt nicht Ich habe einfach zu wenig Sachen, um mich zur Wehr zu setzen Daher riskiere ich das jetzt auch gar nicht Ich mache das jetzt noch mit dem Nest In der Hoffnung, dass wir das auch abschließen können Ich weiß gar nicht, ob wirklich jetzt ein Molli reicht Ich würde mich hier vorne doch nochmal ganz kurz in dem Haus umschauen Nicht, dass wir wirklich nur ein Molli auf ein Nest werfen können Das wäre echt blöd Aber die Horde hockt auf jeden Fall da hinten drin Und ich schleiche mich jetzt hier vorne mal ins Haus Müssen leise sein Schön, dass wir hier noch einige Sachen finden Unter anderem auch Kerosin Aber kann ich mir davon einen weiteren Molotov herstellen? Das ist die Frage Ich glaube, mir fehlt sogar eine Flasche Oder sogar einen Lappen Ah, ich kann mir noch einen herstellen Okay Also wir kriegen das auf jeden Fall hin mit den Nestern Schnell wieder wegschleichen Nicht, dass sie mich sehen Heftige Scheiße Sehr gut Und eine zweite Horde hätte ich jetzt ganz gerne noch in diese Folge gepackt Aber nicht mit meiner Ausrüstung Leider bleibt mir das verwehrt Aber die kann man sich hier auf jeden Fall gut zurechtlegen Mit diesen Benzintanks, die sich da gefunden hatten Das kann man schon mal machen Wir sind mal wieder beim Nest Hoffentlich können wir es jetzt ausräuchern Ich werde mal versuchen, den einen da mittig zu werfen Vielleicht kriege ich mit einem Molly doch zwei Nester Kleinen, mal gucken Ja, es brennen beide Brennen die auch wirklich ab? Ja, jetzt sind sie weg Werden auf der Karte nicht mehr angezeigt Also ein Molly reicht für zwei Nester Wenn die dicht beieinander sind Ja gut, das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren Und da hinten wird wieder geschossen Und wir können schnell speichern Und ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal für die Folge Wir haben ein, zwei Nero Injectone gefunden Wir haben eine Horde besiegt Wir haben Nester ausgeräuchert Mehr wollte ich ja gar nicht machen Und ich möchte die Folge auch nicht unnütz in die Länge ziehen Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, abonniert Bewertet vielleicht auch Würde ich mich sehr drüber freuen Vielen Dank dafür Und bis zur nächsten Folge Let's play Days Gone Tja, wir hatten nie drüber geredet Warum wir die Kutten noch trugen Trotz dieser ganzen Freakshow also Wenn sowas schon lange keine Bedeutung mehr hatte Als wir Farewell verließen Ohne Sarah Da wusste ich, dass wir Alles hinter uns lassen würden Was hast du getan? Alles, was wichtig war, war weg Den Leuten hier geht's beschissen, Deak Finde sein Versteck und Bring alles zu mir Zu mir, Deak Und danach? Tja, dann tun wir was für dich Deak, Deak, hey Mann Und ich weiß genau, was er für einer ist Was er getan hat Bist du etwa unschuldig? Der Ricky? Und was ist mit mir? Du hast Angst, hier zu sein Du hast Angst, ein Teil von etwas zu sein Wir brauchen dich Und das macht dir Hörlische Angst Wir müssen aufeinander aufpassen Denn mehr haben wir nicht Ihr hättet ein paar Leben retten können Wir hatten weder Hoffnung noch Zeit noch Platz, okay? Die Leute kicken sich schon an den Hals, als die Horden kamen Einladen! Komm, 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 los jetzt! Los! Ich hoffe, du hast recht, Deak Aber frag dich mal selbst Ist das noch wichtig, wenn alle anderen tot sind? Ja Ich hoffe, du hast recht, Deak Ich hoffe, du hast recht, Deak Ich hoffe, du hast recht, Deak